Endlich lüftet sie das Geheimnis. Auf dieses Update haben die Fans sehnsüchtig gewartet. Nachdem Georgina Fleur 31 ihre Schwangerschaft zunächst für sich behielt und erst viel später die Öffentlichkeit einweihte, hält sie ihre Community nun regelmäßig mit den neuesten Infos rund um ihr Baby auf dem Laufenden. Jetzt lüftete sie sogar das Geheimnis um das Geschlecht ihres ersten Babys. Dass Georgina das Geschlecht heute Abend verraten möchte, kündigte sie bereits an, und sie hielt ihr Versprechen. Via Instagram-Livestream nahm sie ihre Follower sogar mit. In ihrer Wahlheimat Dubai enthüllte jetzt eine rosafarbene Wasserfontäne, dass sie Mutter einer Tochter wird. Die 31-Jährige war ganz aus dem Häuschen und konnte ihr Glück kaum fassen. Führte Georgina Fans an der Nase herum? Weil Georgina kürzlich im Netz ausplauderte, dass sie den Namen George cool findet, gingen viele davon aus, dass das Reality-Sternchen einen Jungen bekommen wird. Das war allerdings wohl eine falsche Fährte, wie sich jetzt herausstellt. Wie die Mini Georgina wohl heißen wird? Dieses Detail ist aktuell noch top secret. Nur so viel gab sie bereits preis. Der Name fängt mit einem E an. D Untertitelung des ZDF, 2020